Manchmal habe ich Angst, etwas zu verpassen, die Augen zu schließen und den Moment nicht zu erhaschen. Manchmal habe ich Angst, Nein zu sagen, immer den Abenteuern hinterher zu jagen. Ist es mir genug? Wann ist es genug? Ist irgendwann alles geschafft und vollkommen? Oder ist das Ziel noch verschwommen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017